Kapitel 21 Harry stürzte in den Grimmelplatz, während Winky in die Eingangshalle ploppte. »Hier entlang«, sagte sie und huschte die Treppe hinauf. Er folgte ihr hoch in eines der Schlafzimmer. Von dem Zimmer nahm er nur wenig wahr, denn seine Augen blieben sofort an der Person, die am Bettrand saß, hängen. Er war heilfroh, dass er nicht empfindlich war, was Blut anging, weil überall Blut war. Die Tatsache, dass es so viel war, ängstigte ihn zu Tode. »Porter«, knurrte Snape und funkelte ihn an. »Was ist passiert?«, fragte Harry, eilte zu ihm und ignorierte dessen Warnung. »Raus hier, sofort«, befahl Snape, ohne Harrys Frage zu beantworten. Harry war Snapes offensichtlich schwaches Aussehen und dessen aschfahle Haut nicht entgangen. Seinen eigenen Schock, Snape ohne Umhang und nur in seiner Hose, schob er beiseite. Der Zustand des nackter Brust und Rückens war viel beängstigender. »Sie sind verletzt, ich bin der Einzige, den Sie hier haben, also werden Sie mit mir Vorlieb nehmen müssen.« »Mir geht's gut, ich brauche dich nicht hier.« Harry ignorierte ihn. »Was ist passiert?«, fragte er wieder und begutachtete die Wunde quer über Snapes Brust. Der Mann hatte sie offensichtlich gereinigt, aber es quoll immer mehr Blut aus den Wunden. Es sah aus, als ob einige bereits heilen würden. Er zog seinen Stab und kniete sich vor Snape. »Was tust du?«, fragte Snape mit zusammengekniffenen Augen. »Ich werde das hier heilen«, sagte Harry abwesend. »Hast du heute Nacht schon andere geheilt?«, fragte Snape scharf. Harry blickte auf und sah, dass Snape seine blutdurchdrängte Kleidung kritisch begutachtete. »Ja«, sagte Harry behutsam. Er hatte keine Lust, über seinen Gebrauch des Heilzaubers zu diskutieren. Snape brauchte dringend Hilfe, ob er Harrys Hilfe wollte oder nicht. »Ich nehme an, dass Sie den Zauber auf sich selbst anwenden können. Wurde zu wissen, aber Sie sind durch den starken Blutverlust geschwächt. Es wäre viel schneller, wenn ich es täte, und Ihren Rücken können Sie sowieso nicht erreichen.« Er hob seinen Stab, aber sein Handgelenk wurde plötzlich festgehalten. Harry blickte Fragen zu Snape hoch. Snapes Blick bohrte sich in ihn, schien etwas zu suchen. Harry nahm an, dass er das, was er gesucht hatte, gefunden haben musste, denn Snape nickte kurz und ließ ohne ein weiteres Wort sein Handgelenk los. Harry konzentrierte sich wieder auf die Wunden und führte seinen Stab an ihn entlang. Winky brachte frisches Wasser und Tücher und er machte Pausen, um das Blut abzuwaschen. Snape blickte ihn weiterhin durchdringend an, ohne zu kommentieren oder zu unterbrechen. Er hielt Harry nur einmal auf, um nach seinem Beutel mit Tränken zu greifen, einige von ihnen auszuwählen und sie schnell zu trinken. Nachdem das Fleisch auf Snapes Brust und Bauch sich langsam zusammenfügte, kletterte Harry auf das Bett und fing mit dem Rücken an. Er zuckte zusammen, als er bemerkte, dass die langen Schnitte noch tiefer waren. Sich auf seine Aufgabe konzentrieren, nahm er seine Heiltätigkeit wieder auf. Potter, Harry hielt inne, bevor er den nächsten Schritt in Angriff nahm. Ja, sagte er leise und bemerkte, dass Snape leicht schwankte. Muss mich hinlegen, murmelte Snape. Ehrlich gesagt konnte Harry nur schwer glauben, dass Snape so lange durchgehalten hat und kletterte schnell vom Bett. Er kontrollierte, ob Snapes Brustwunden vollständig verheilt waren und half danach, dem Mann sich auf seine Vorderseite zu legen. Snape musste es wirklich schlecht gehen, wenn er Harrys Hilfe ohne Protest annahm. Snapes Augen schlossen sich und Harry fragte sich, ob der Mann schließlich ohnmächtig werden würde. Vorsichtig kletterte er wieder auf das Bett und arbeitete daran, alle Wunden fertig zu heilen. Nachdem das getan war, sah er wieder nach dem Mann und merkte, dass er ruhig atmete. Überraschenderweise, oder vielleicht auch nicht, wenn man die Umstände betrachtete, war Snape schließlich eingeschlafen. Trotz Harrys Anwesenheit. Harry nahm an, nachdem er die leeren Fiolen durchgegangen war, dass Snape, bevor er sich hinlegen wollte, wahrscheinlich einen Traumlustrank getrunken hatte. Harry war für Erstaunen erstarrt. Der Mann wollte ihn überhaupt nicht hier haben und dann schaltete er sich freiwillig aus? Der Mann brauchte dringend Ruhe und Zeit zum Heilen, aber er hätte niemals gedacht, dass Snape ihm so sehr vertrauen würde. Ungläubig schüttelte er seinen Kopf und wünschte, er könnte auch schlafen gehen. Harry fing an, Snape fertig zu säubern. Leise schnaubte er leise wegen sich selbst. Vielleicht wollte Snape nur nicht bei Sinnen sein, um dieser Peinlichkeit zu entgehen. Er blieb unbeteiligt, während er sich auf seine Arbeit konzentrierte, den Mann auszog und das ganze Blut wegwusch. Er wusste nicht, wo Winky sie her hatte, aber sie brachte ihm saubere Nachtwäsche. Harry musste sich anstrengen, um Snape wieder anzuziehen und er wusste, dass der Mann mit dieser Situation nicht glücklich sein würde. Harry verzog eine Grimasse und hoffte, dass Snape wissen würde, dass er auch nicht glücklich damit war. Wie zum Teufel ist es nur so weit gekommen, rummte er zu sich selbst. Kein Schüler sollte jemals in die Verlegenheit kommen müssen, seinen Lehrer nackt zu sehen. Harry weigerte sich intensiver, darüber nachzudenken, aber er wusste, dass ihn das mehr verstörte, als die eigentlichen Verletzungen. Er und Winky schafften es schließlich, Snape in ein sauberes Bett zu stecken. Harry starrte auf den Mann, der jetzt bequem schlafen konnte. Für Harry war dieser Mann absolut ein Mysterium und er konnte nichts dagegen tun, dass er etwas für ihn empfand. Er wusste nur nicht, was er für Snape empfand. Sie waren nicht mehr Lehrer und Schüler. Sie waren keine richtigen Feinde, wie Harry es lange Zeit gedacht hatte. Sie waren allerdings auch keine Freunde. Ganz sicher waren sie kein Liebespaar, womit Remus ihn aufziehen wollte. Nein, Snape, unangezogen zu sehen, hatte ihn in keiner Weise erregt. Er seufzte, während er den Mann weiterhin anstarrte. Was auch immer zwischen ihnen war, Harry machte sich Sorgen um ihn. Niemals hätte er es für möglich gehalten, aber... Aber er war ehrlich besorgt um Snape. Er wusste, dass Snape die Bestrafung für das Verschwinden der Malfoys und der Niederlage in Hogsmeade davongetragen hatte. Wahrscheinlich waren auch andere bestraft worden und Snape hatte das Glück, noch am Leben zu sein. Während er den Rücken geheilt hatte, war ihm wieder aufgefallen, dass Snape geschwankt hatte. Das könnte von den Schnitten kommen, die seine Brust und seinen Rücken überzogen hatten. Harry wusste nicht, welche anderen Verletzungen oder Flüche Snape hatte erdulden müssen, aber er wusste, dass es eine Menge gewesen war. Snape musste erfahren, wo die Malfoys waren. Er hatte gerade die Bestrafung für sie durchgestanden und er verdiente es zumindest deswegen. Vielleicht wird er froh sein, dass Harry sie versteckt hält. Vielleicht auch nicht, aber der Mann sollte sich nicht länger Sorgen um sie machen müssen. Er hatte schon zu viel durchgemacht. Harry lächelte und fragte sich, ob er sich um Snapes Geisteszustand Sorgen machen musste. Der Mann hatte einen Traumlustrank getrunken, während der Junge, den er liebend gerne hasste, einen Stab auf seinen Rücken gerichtet hatte. Meister Harry? fragte Winky zögernd. Blinzelnd kam Harry wieder zu sich. Im Badezimmer liegen frische Tücher und Kleidung für sie. Harry lächelte dankbar. Danke sehr. Er warf Snape einen kurzen Blick zu. Sind die anderen in Ordnung? Sie sind wach. Warten, erwiderte sie sanft. Dann sollte ich mich beeilen. Bleib bei ihm und pass auf ihn auf, bitte. Ihm wird es jetzt gut gehen, aber komm zu mir, wenn es ein Problem gibt. Winky nickte. Harry duschte schnell und wünschte sich, dass er länger unter dem herrlichen heißen Wasser hätte bleiben können. Er zog die Jeans, das T-Shirt, welches ihm Winky dagelassen hatte, an und schnürte seine Turnschuhe. Ein letztes Mal sah er noch nach Snape, hinterließ eine Notiz, dass er am nächsten Abend zurück sein würde und das bei Bedarf Winky ihn jederzeit erreichen könnte. Um Snapes Willen hoffte Harry, dass der Mann wirklich die meiste Zeit schlafen könnte. Erschöpft verließ er das Haus und fragte sich, wie spät es war. Bist du in Ordnung? fragte Draco und sah ängstlich zu ihm, als er in das Haus der Dursleys trat. Mir geht's gut, nur erschöpft. Narcissa kam auf ihn zu und wirkte erleichtert. Du hast uns Sorgen gemacht, meinte sie leise. Harry zuckte die Schultern. Ich hatte Dinge zu erledigen. Dracos Gesicht wurde kurz streng, bevor er sich wieder entspannte. Harry, du hast viel zu viele Dinge zu tun. Harry lächelte müde. Ich weiß, aber dagegen kann ich nicht viel tun. Bett. Morgen ist ein anstrengender Tag und der Morgen ist schon sehr nahe. Stöhnend ging Harry zur Treppe. Äh, Harry, sagte Draco und hielt ihn auf. Harry hob eine Braue als Frage und brachte damit Draco, ihn merkwürdig anzusehen. Lupin wird morgen gegen ein Uhr hierher kommen. Harry blickte zu Narcissa, die nickte. Ja, Draco hat es mir erzählt, sagte sie ruhig. Lupin möchte mit dir sprechen, bevor du nach Hogwarts gehst. Ich glaube, er will ebenso sich selbst davon überzeugen, dass meine Mutter und ich tatsächlich hier leben. Ist dir das recht? fragte Harry Narcissa. Ich respektiere seinen Wund klarzustellen, dass du sicher bist, antwortete sie anstelle einer direkten Antwort. Harry nickte müde. In anderen Worten, sie war nicht glücklich damit, aber sie akzeptierte es. Er brauchte nicht lange, um sich umzuziehen und ins Bett zu krabbeln. Draco dicht hinter ihm. Schnell schliefen sie behaglich umeinandergewickelt ein und hörte Narcissa nicht ins Zimmer kommen. Harry lag immer noch im Bett und wachte schwer auf, während das Klopfen an der Haustür laut wurde. Narcissa blickte ihn mitfühlend an, als er sich aus dem Bett rollte und murrte, weil er aufstehen musste. Er patschte die Treppe hinunter, um Remus hereinzulassen, und fragte sich abwesend, wohin Tante Petunia verschwunden war. Nicht, dass sie bereitwillig Remus hereingelassen hätte, auch wenn sie in der Nähe gewesen wäre. Remus sah ihn genauso, mitfühlend wie Narcissa an, und Harry fand es ziemlich nervig. Er sagte nicht, zählt aber die Tür weiter auf und winkte Remus hinein. Was ist letzter Nacht passiert, Harry? fragte Remus besorgt. Ich habe keinen Stab, murmelte Harry. Remus verstand und legte einen Stilzauber um sie. Der Kerr war schwer verletzt. Ich habe ihm geholfen und ihn zusammengepflegt. Hoffentlich schläft er noch. Er hat zugelassen, dass du ihn heilst. Harry zuckte mit der Achsel. Es war kein anderer da. Ihm blieb keine Wahl. Er hatte keine Lust, darüber zu reden, drehte sich um und ging die Treppe hoch. Du kannst genauso gut hochkommen. Remus runzelte seine Stirn, hob den Stilzauber auf und folgte ihm. An der Tür hielt er an und starrte mit Erstaunen, als sie in Harrys Zimmer angekommen waren. Remus Lupin, Narcissa Malfoy, sagte Harry und zeigte dabei von einem zum anderen. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bereits kennt. Dann ließ er sich neben den zerzausten Draco auf sein Bett fallen. Draco legte sich wieder mit ihm hin und beide schlossen ihre Augen. Wagt es nicht wieder einzuschlafen, warnte sie Narcissa. Sie brummten wirr durcheinander. Narcissa funkelte sie verärgert an, bevor sie aufstand und Remus zu begrüßen. Sie hielt ihm die Hand hin. Mr. Lupin, es ist mir eine Freude. Verblüfft, aber dankbar, dass seine Manieren ihn nicht im Stich ließen, schüttelte Remus ihre Hand. Mrs. Malfoy, nennen sie mich Remus. Bitte, ich bin Narcissa. Bitte, nimm dir einen Stuhl. Willst du Tee oder vielleicht etwas Stärkeres? fragte sie mit einem schiefen Lächeln. Remus entspannte sich etwas und lächelte zurück. Ich würde etwas Stärkeres vertragen, aber vielleicht ist es das Beste, wenn ich bei Tee bleibe. Narcissa nickte verständnisvoll. Sie schickte Winky los, ihnen Tee und Essen für die Jungs zu bringen, welche auf dem Schreibtisch abgestellt wurden. Sie machten ihren Tee fertig, so wie sie es mochten, bevor sie sich wieder hinsetzten. Entschuldigen Sie das bitte. Jungs? Harry, Draco, wir haben einen Gast. Ihr werdet hier nicht liegen bleiben und wieder einschlafen. Das ist nur Remus, Narcissa seufzte. Harry, er ist immer noch ein Gast, machte sie einen Versuch, es ihm zu erklären. Das ist ein Manierending. Du solltest mehr Respekt zeigen, Draco. Du bist besser erzogen worden. Danke, Merlin, dass mir diese Manierensache nicht beigebracht wurde, kommentierte Harry und grinste mit geschlossenen Augen. Ich wusste schon immer, dass du benachteiligt bist. Ich lag eindeutig falsch. Jungs, rief Narcissa verzweifelt. Remus glückste, während sich Harry und Draco aufsetzten. Er fand das alles sehr lustig. Wenn man bedenkt, dass die meisten Leute sich Sorgen machen würden, dass Draco Harry verderben würde, ist es in Wirklichkeit anscheinend andersherum. Wenn sie gemeinsame Sachen machen, sind wir alle in Schwierigkeiten. Beurteilte Narcissa trocken. Sie würden sich gegenseitig verderben und jeden um sie herum. Harry und Draco grinsten breit und waren extrem selbstzufrieden mit sich. Narcissa schüttelte resigniert ihren Kopf. Ihr zwei, geht und zieht euch an. Übersetzt heißt das, sie will mit Lupin alleine reden, erklärte Draco und schob Harry an, sodass sie aus dem Bett kamen. Wenigstens kennen sie dieses Manierenzeugs. Gestand Harry ihnen zu und stand auf. Also, können wir darauf zählen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen werden? Harry, hast du keine Achtung vor der Ernst der Situation? fragte Remus eher neugierig als vorwurfsvoll. Harry zogte unbekümmert seine Schulter, aber sein Blick war ernst, als er zwischen Remus und Narcissa hin und her blickte. Es gibt genug Dinge, die ich ernst genug nehmen muss und ich mach mir keine Sorgen wegen euch beiden. Ich weiß, dass ihr beiden euch um mich sorgt und um Draco. Wenn die Wahrung unserer Sicherheit es erfordert, dass ihr miteinander höflich umgehen müsst, dann werdet ihr das wohl auch tun. Wenn ich falsch liege, dann sagt es mir gleich. Remus tauschte mit Narcissa einen Blick aus, bevor er seinen Kopf schüttelte. Nein, du hast recht, Harry. Mit Klamotten auf den Arm schnappte sich Draco Harrys Hand und zog ihn aus dem Zimmer. Ich hoffe, ich habe recht, murmelte Harry, während er den Gang hinunterpatschte. Denen geht's gut, sagte Draco und klang ebenfalls etwas ängstlich. Sie brauchen Zeit, um miteinander zu reden. Ja, stimmt dem Harry zu und schloss die Badezimmertür hinter ihn. Er sah Draco an, der ihre Sachen auf die Theke legte. Also, womit könnten wir uns unsere Zeit vertreiben, sagte er verschmitzt. Draco hörte den gewissen Ton in seiner Stimme und sein Kopf fuhr hoch. Sicherlich wird uns etwas einfallen, sagte er gedehnt und ging auf Harry zu. Schnell waren sie in ihrer Lebensaufgabe, sich gegenseitig bewusstlos zu küssen, vertieft. Dracos Hände fuhren um Harrys Schultern, seinen Nacken hoch und bald durch Harrys Haare. Harrys Hände wanderten Dracos Rücken hoch und runter und entdeckten die weiche, warme Haut. Harry steckte seine Daumen in den Bund von Dracos Pyjama-Hose und zögerte. Er wusste nicht, wie weit Draco bereit war zu gehen und er hatte immer noch nicht die leiseste Vorstellung, was er tun wollte. Draco hörte nicht auf den Mund von Harry zu entdecken, wackelte er aber aufmunternd mit seinen Hüften. Harry stöhnte tiefer, da Dracos Bewegung Wellen der Lust auslösten, die von seinen Lenden ausgehend durch seinen Körper wogten. Vage erinnerte er sich, dass er ein mutiger Gryffindor war und Harry hakte seinen Daumen ein und schob Draco die Hose hinunter. Die Seide sammelte sich an Dracos Füßen und Harrys eigener Pyjama lag auch bald auf dem Boden. Oh Gott, stöhnte Draco und riss seinen Mund weg. Beide Jungen atmeten schwer, als sie hinunter blickten, wo ihre Glieder gegeneinander rieben. Gefangen von diesem Anblick, griff Harry langsam hinunter, um Dracos Schwanz in seine Hand zu nehmen, seine Finger herumzuwickeln und leicht zuzudrücken. Draco wimmerte und Harrys Augen flackerten hoch, um in Dracos Gesicht zu blicken. Seine Wangen waren knallrot und sein Gesicht vor purer Lust überschattet. Harry kam zum Schluss, dass er es richtig machte und seine Augen wanderten wieder zu Dracos Schwanz in seiner Hand. Harry wusste nur, was ihm selbst gefiel, während er diese Bewegung nachmachte. Mit einem Daumen huschte er über die Spitze und verschmierte die Lusttropfen. Leicht drückte er zu, bevor sich seine Faust hoch und runter bewegte. Harry, stöhnte Draco. Harrys Augen flogen wieder zu Dracos Gesicht und trafen auf silbernglänzende Augen. Er hielt Dracos Blick weiterhin stand und hob seine Hand, um seine Handfläche und die Finger entlang zu lecken. Draco holte scharf Luft und wusste, was Harry vorhatte. Harry sah wieder hinunter und griff ohne Vorwarnung Dracos Schwanz und genoss das Zischen, welches aus Dracos Mund kam. Er war nur darauf konzentriert gewesen, Draco Lust zu schenken, deswegen erschrak er, als Dracos Hand seinen eigenen Schwanz anfasste. Harrys rhythmische Bewegungen brachen ab. Das ist gut, Draco, stöhnte Harry. Nicht aufhören, keuchte Draco. Harry nahm seine Bewegung wieder auf und sah und fühlte, wie Draco das Gleiche bei ihm machte. Draco spannte sich an und er wusste, dass er gleich kommen würde. Er pumpte schneller und sah fasziniert zu, als die perlweißen Ströme aus Dracos Schwanz schossen. Etwas von der heißen Creme landete auf seinem eigenen Schwanz, welcher Draco verschmierte, während er Harry weiter streichelte. Stöhnend kam Harry, er konnte es nicht zurückhalten. Draco fiel gegen Harry, währenddessen dieser gegen die Tür fiel. Sie rutschten auf dem Boden, verhackten ihre Gliedmaßen ineinander und atmeten ruckartig. Das war gut, kommentierte Harry Minuten später. Glucksend bewegte sich Draco, um Harry leicht zu küssen. Ja, es war neu und wundervoll und Harry liebte es. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu machen. Werden wir noch, mein Lieber, einen Schritt nach dem anderen. Du gehörst nicht gerade zur geduldigen Sorte. Nein, du etwa? Draco grinste. Nein, aber ich habe vor, das alles zu genießen. Ich auch. Komm, dusch mit mir. Du willst, dass ich mit dir dusche? Warum nicht? Es ist ja nicht so, als ob wir uns noch nicht nackt gesehen hätten, sagte er einleuchtend. Harry runzelte seine Stirn, so sehr er mehr von Draco wollte, er fragte sich, ob sie es nicht zu schnell anging. Er verwarf sein Zögern. Er würde Draco sehen, wie das Wasser über dessen nackten Körper strömte. Wäre doch idiotisch, wenn er diese Einladung ablehnen würde. Draco grinste wissend und drehte das Wasser auf.